Hallo, hier ist der Martin von meine Monkeys, das ist der Analyse für Dienstag, den 9.03.2021 und unser DAX hat seine Rakete nun endlich zünden können, nachdem wir uns die letzte Woche wirklich die ganze Woche damit beschäftigt haben, Stecker zu platzieren, Schrauben festzuziehen, Startrampen zu platzieren, uns wieder auf die Startrampe zu ziehen, hat er jetzt dann seine Zündung bekommen, er ist erst mal abgehoben, er ist gestartet und jetzt kann man nur die Daumen drücken, dass seine Triggerrakete sich löst, er weiter steigen kann und nicht explodiert oder wassern muss, weil das ganze Ding zum Turnover & Tuesday wieder umkippt. Also, Freunde, ich denke, wir brauchen gar nicht so viel dazu erzählen, wir haben uns ja jetzt eigentlich lang genug damit auseinandergesetzt, was wir hier vorgefunden hatten mit dem Muster und so weiter, haben ja dadurch, dass auch ganz, ganz viele immer wieder gesagt haben, Martin, du analysierst die falsche Richtung, die Amerikaner fallen, der DAX muss doch auch fallen, haben wir, glaube ich, auch die letzte Woche mehr als genug darüber gesprochen, warum, wieso, weshalb ich davon ausgehe, dass das eher nach oben auflöst, was passieren muss, damit es unten auflöst, das ist ja nicht eingetreten und in diesem Sinne sind wir jetzt hier raus, ich hoffe, der eine oder andere konnte hier wenigstens ein paar Punkte mitnehmen, dass es für ihn einfach nicht ganz so überraschend kam, wir haben zwar gesagt, dass es vielleicht eher ein Aufmerksamkeit wird, haben wir aber doch sehr deutlich betont, dass eben wichtig ist, wie er reinkommt, wie er startet, dass er ruhig, stabil sich durchdrückt und einfach souverän zeigt, dass er durchsteigen will, weil er eben an dem Tag, an dem Montag hier die höchste Wahrscheinlichkeit hat, oben rauszusteigen, das sollte man sehen, dass er das nutzt und ich glaube, das hat man gesehen, wer sich nicht von diesem Abwärtsgap irritieren lassen hat, wir waren ja in der Nacht schon mal bei 14.1.30 gewesen, wir sind da reingekommen, dann hier einmal runter und haben im regulären Handel einmal komplett gerade durchgezogen, ohne ein Gap stehen zu lassen, ich weiß gar nicht, wie oft, wie oft wir in den letzten Tagen davon gesprochen haben, irgendwann kommt dieses eine Gap, was offen bleibt und dann macht er echt an dem Tag einfach durch, ohne das Aufwärtsgap, was impulsiv ist, aber ich glaube, man hat es trotzdem erkennen können, man hat es auch erahnen können, ich habe es auch bei uns im Chat gesehen, da haben es ganz viele immer wieder gesagt, schon bei 14.100 haben ganz viele geschrieben, ich glaube, der macht jetzt gleich ATH und dann ging das auch hier drüber, über den Long-Trigger ging es dann doch deutlich geschmeidiger nach oben raus. Wer jetzt hier vielleicht Long aufgebaut hat über die letzten Tage, Wochen, ich glaube, das ist, also ich würde einen Teilverkauf machen hier an der Stelle, auf jeden Fall, ich würde hier Gewinne mit realisieren, wir haben jetzt einen Dienstag, Turnaround Tuesday, der wird sehr interessant, weil die Amerikaner, also gerade so die Tag-Werte, eher nach unten gerichtet sind, die hätten Turnaround-Charakter nach oben, der DAX vielleicht einen Turnaround-Charakter nach unten, ich will da nicht zu viel drauf geben, aber wir haben den ganzen Tag Anstieg gesehen, vielleicht sogar einen Halbtag, wenn wir den halben, sag ich mal, Freitag noch mit als Anstiegstag hinzuziehen, wenn der DAX jetzt eine Korrektur reinsetzen möchte, einen kleinen Rücklauf, dann wird der wahrscheinlich, damit das harmonisch ist, und der Chart ist sehr oft harmonisch, den ganzen Tag dauern. Das heißt, wenn der zum Dienstag jetzt hier nach unten treibt, dann würde ich durchaus sowas, sowas wie, wie das hier, das würde ich einfach mal in den Raum werfen. Dass der uns vielleicht wirklich hier bis in den 14100, 14140 dann zurücklaufen kann, das wäre gar nicht so untypisch von der Stelle. Ich persönlich hätte im DAX jetzt, wenn er oben bleibt und stabil bleibt, so ein Ziel um die 15.000 rum, da liegt ein schicker Monatsschluss, beziehungsweise, was heißt da liegt ein schicker Monatsschluss, das wäre aus dem Monatschart heraus, wäre das für den Verfall, fände ich das unheimlich interessant, wenn er am 19.03. dort ankommt. Dafür muss er sich aber halten, ich glaube, das ist noch ein bisschen früh darüber zu sprechen, aber da hätte er auf jeden Fall noch gutes Potenzial auf der Oberseite, und viel Strecke ist es nicht, was er dafür braucht, das sind knapp 600 Punkte, die dann noch fehlen, und das sind zwei Wochen Zeit. So, das heißt, das sind 10 Tage pro Tag, 60 Punkte, das schafft der DAX mehr. Guck mal, das waren alleine 400, sprich noch einmal so ein Tag und das Ding ist erledigt. Ja, von daher wäre meine Erwartungshaltung fast eher, dass wir anfangen, stärker zur Seite zu tendieren, dass wir Druck rausnehmen, dass wir Tempo rausnehmen, zeitwärts tendieren, und uns dann so Stück für Stück einfach hocharbeiten. Das kann auch sein, dass er per Gap anfängt, ein bisschen zu arbeiten, es fehlt einfach hier die offengelassenen Aufwärtsgaps, hier unten ist eins, ja, aber normal kommen da mehr in DAX, vielleicht fängt er an, sich solcher Mittel noch zu bedienen, einfach so ein kleines Gap abzumachen, und dann den ganzen Tag zur Seite zu schieben, oberhalb des Gaps, und so Stück für Stück dann ein bisschen weiter vorzuarbeiten, das kann ich mir sehr vorstellen, ansonsten bleibt die Volatilität da, weil die Amerikaner sich zum Beispiel nicht beruhigen, Tech-Werte sich dort nicht beruhigen, weitere Abgaben dort zu sehen sind, dann kann er ruhig Volatil auch steigen, da spricht nichts dagegen, und das sind Rücksetzer auf, ich sag mal, 14,180, 14,140, 14,100, das ist legitim, das ist vollkommen legitim, zum Dienstag könnte das dann so aussehen, dass er zunächst auf die 2,80 vielleicht, 2,80, 2,50, das ist ein super Support, das war ja auch unsere erste Zielzone, die hat ihn gut aufgehalten, dass er sich vielleicht dort erstmal stabilisiert, in den Mittag rein erholt, und dann müsste man gucken, kommt er zum Nachmittag auch nochmal runter, macht nochmal neue Tagestiefs zum Dienstag, dann würde ich ihn eher so in die 14,180, 14,140 bis 14,100 runterziehen, und 14,100 ist nicht übertrieben, das ist durchaus legitim, okay, dann hätte vielleicht der ein oder andere auch Glück, der hier ein bisschen überrumpelt wurde, dass er da nochmal seine Position überdenken oder anpassen kann, und da kommen wir gleich zum nächsten, so, wenn ich so sehe, wie die Leute so kommunizieren, wie sie mitteilen, was sie so mit viel Überzeugung vertreten, da scheinen sehr, sehr, sehr viele noch short drin zu sitzen, und absolut zu kotzen gerade, weil sie bestimmt im Nass-Dax-Longen drin sitzen, im Dax-Short drin sitzen, und sowas tut dann weh, sowas nervt, und das haben wir die letzten Tage schon gesehen, da sind die Aggressionen teilweise etwas höher rausgetragen, und dann waren wir nur in der Mitte zwischen beiden Bewegungen, jetzt schlagen wir auf der einen Seite raus, das wird sehr, sehr, sehr interessant, wie das sich die nächsten Tage bewegt, wir haben jetzt hier zwei gleich lange Aufwärtsbewegungen, so etwa fertig, nicht so ganz, aber das sieht zumindest ganz stimmig aus, man sieht auf jeden Fall, dass sich die Aufwärtsbewegung an der orientiert hat, jetzt ist noch die Frage, orientiert sich denn die Aufwärtsbewegung auch an der, die ist nämlich noch ein bisschen größer hier, naja, also das hier nach da, da hätte er nämlich noch ein bisschen Platz, und könnt hier noch so einen Bogen schlagen, so einen Bogen schlagen, in die 5,60 oben rein, und das wäre dann auch tatsächlich mein Ziel auf der Oberseite, noch so ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, dass wir, wenn wir nicht runter starten, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was wäre, wenn der Dax sich hier schwach zeigt, zum Dienstag, einen Turnaround versucht zu spielen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir auf die 2,80, 2,50 fallen, und später auch auf die 14,100, sollte er aber nach oben arbeiten, dann kommt er bestimmt nicht runter zum Dienstag, das macht er nicht, dann hat er viel zu viele noch auf der Shortflanke, und die blutscht der Aua, ist wie so ein Kleinkind das Eis halt, ne, wirklich bis es zum Boden fällt, und die Tränen kommen, oder bis es einfach alle ist, und da würde ich hier einfach mal, ähm, was in die Richtung ansetzen, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, so als, so als Dienstagszeitvertreib halt, ne, es ist ein bisschen wenig Wohler, dann wäre ein bisschen Wohler, aber es wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn der Dax einfach die Wohler ein bisschen zurückfährt, jetzt auf so einem Niveau, und ansonsten, dieser Peak, der kann natürlich auch bis zu 5,60 gehen, ich glaube, von 5,60 hält er trotzdem 3,60 als Rücklaufmarke, und würde einfach dann hier so ein bisschen, das kann ein paar Tage dauern, das kann durchaus bis Mittwoch, bis Donnerstag, Nachmittag kann das dauern, dass der Dax einfach hier, ähm, zur Seite arbeitet, weil wie gesagt, wenn wir sagen, Märzverfall, Ziel bei 15,000, ähm, wäre das, wäre das vollkommen legitim, bis Donnerstag zu warten, dann vielleicht Freitag noch 100 draufzulegen, Montag nochmal ein bisschen nach unten anzutäuschen, dann schön Dienstag, Mittwoch, Donnerstag eigentlich die Bewegung zu machen, sich schon oben mal vorzulegen, und dann, dann ist das schon erledigt, das Ding halt, ne, und, das wären jetzt so oben meine nächsten beiden Marken, auf die ich sehr viel geben würde, das wäre die 4,45 und das wäre die 5,60, ja, zum Dienstag, das heißt, wenn ihr seht, ne, der ist nicht schwach, der startet auch nicht schwach, ne, ähnlich wie man das ja jetzt hier zum, 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 zum Montag schon gesehen hat, dann gebt ihm da oben noch ein bisschen Leine halt, ne, lasst ihn ein bisschen laufen, und, ähm, der kann da gut und gerne bis in die 5,60 rein, 4,45, das sind schöne Reaktionsmarken, vielleicht macht er dazwischen Ping-Pong, ne, aber ich glaube schon, dass er hier sich irgendwo ein bisschen die Hörner stößen wird, und dann auch mal kleine Rückläufe bringt halt, ne, aber es sind sehr, sehr, sehr viele Short drinne noch, es sind sehr, 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 sehr viele noch Short drinne, und von daher, wenn ich der Dax wäre, dann würde ich entweder komplett unten alle nackig machen, komplett gerade durchziehen, oder ich würde einfach oben zur Seite rumeiern, und mich kaputt lachen, wie alle im Hoch-Long reinspringen, und dann, wenn ich nach unten anziehe, unten wieder Short reinspringen und Long auflösen, dann würde ich wieder hoch, würde das gleiche nochmal machen, und das würde ich so lange machen, bis ich Kugelrund vom Stuhl runterfalle halt, also, es versucht da ein bisschen blickig zu sein halt, auch an diejenigen, die da Schieflagen drin haben, passt da echt dolle auf, man fängt ganz, ganz, ganz schnell an, voll sich mit seiner, mit seiner Position zu verheiraten halt, ne, und, ähm, das kennt ihr vielleicht aus dem privaten Umfeld halt, ne, wenn du irgendwo, was ist ich, im Straßenverkehr oder woanders mit jemanden aneinander gerätst, das ist ganz oft, dass die Person, die dabei ist, egal ob Freund, Familie, Frau, oder was auch immer, die ergreifen sofort Partei für den, ohne eigentlich das richtig zu hinterfragen, und das machen viele im DAX auch, wenn sie mit ihm eine gemeinsame Positionierung eingehen, das heißt, in dem Moment, wo manche hier Short drin sitzen, die, die, die sind blind für Short lieber halt dann, ne, die suchen dann lieber noch einen weiteren Short, als vielleicht zu überlegen, wo wird es sich ein Long anzubieten, und das ist so ein bisschen das, was ich euch da als Hilfestellung einfach mitgeben kann, versucht euch neutral zu betrachten, versucht den Markt auch immer wieder neutral zu sehen, dann erkennt man sehr, 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 sehr gut auch, ähm, wo, wo er denn gerade, wo er hin will, ne, wo er seine Musik sieht, ist halt gerade stark, drückt irgendwo rum, hält er sich stabil, ist er ruhig, ist er nervös, drückt er lange rote Kerzen rein, also, das sind so Sachen, die, die erkennt man einfach, wenn man ehrlich ist, und nicht gerade mit seiner Position verheiratet ist halt, ne, und von daher, ähm, versucht hier ein bisschen neutral ranzugehen, das sind Tage, da verlieren die meisten richtig Kohle, das muss man so einfach sagen, das sind Bewegungen, da hauen sich manche die Gewinne von Wochen um die Ohren, und das sind auch oft manchmal, gerade sowas, so ein Ausbruch, ne, sowas kann auch mal mehrere hundert Punkte dann in eine Bewegungsphase überkehren, ne, das heißt auch für die, die Short drin sind, überlegt euch das, wie geht man mit so einer Position jetzt um, macht euch vorher, macht euch einen klaren Plan, Sonst wird das hinten raus eine Katastrophe, dann werdet ihr emotional zum Spielball, dann steigt ihr exakt im Top aus dem Short aus, und unten dann wieder schön Short rein, in dem Moment, wo er gerade wieder hochdreht, dann werdet ihr emotional angreifbar, und das kriegt es zu North verhindert, wenn du einen klaren Plan machst, wo löse ich was auf, wo baue ich was auf, und das kann ich hier einfach als Motivation entgegen, weil grundsätzlich hat der DAX die Möglichkeit, von hier mehrere hundert Punkte oben jetzt rauszugehen, und er kann einfach einen neuen kleinen Rallye-Trendschub ausbauen, und umso mehr da Short drin rumwuchten, umso leichter geht das, im privaten Bereich, das ist einfach so eine typische Beobachtung, die man machen kann, okay, gut, ich denke, dann haben wir alles durchgesprochen, wie gesagt, ich habe die zwei Szenarien ein bisschen vor Auge, das eine ist der Dienstag, der hier in die 280, 250 reingeht, sich kurz erholt und tiefer geht, das andere ist, nichts mit tiefer gehen, einfach hochstehen, warten, bis die Amerikaner nochmal unten vielleicht ein kleines Tief drunter setzen, der Nasdaq da speziell, und sich dann auch wieder stabilisiert, dann wieder ein bisschen hochkommen, und einfach ein bisschen zur Seite rummeiern, ich habe die 445 im Blick, ich habe die 560 im Blick, das ist so meine Vorbereitung jetzt für den Dienstag, auf Tagesebene müssen wir sagen, sehen wir ja auch hier, dass wir durchaus hier noch Potenziale haben, den Trigger, den haben wir schon vor Ewigkeiten aktiviert, schön gelaufen ist das nicht, keine Frage, da braucht man sich jetzt hier nicht für feiern lassen, aber die Symbolkraft dahinter, die ist denke ich klar, und da seht ihr auch hier so, wenn der ein bisschen Kurs hält, hier einmal unten dran, an die alte Verkeilung hier, die wir hier seit, keine Ahnung, seit wann wir die drin haben, ich vermute ab August 2020, haben wir die mindestens schon drin, haben wir sogar noch eine Beschleunigung eingezeichnet hier, und, ja, da könnt ihr von unten dann dran rumsennen, und das würde sich noch kreuzen, mit anderen Sachen, die auf höheren Zeiteinheiten noch kommen, von daher, Platz ist nach oben, erst mal jetzt, hat die 14.100 hinter sich gelassen, jetzt kann er zeigen, was er macht, und wenn er umkippt, zum Dienstag, na dann Halleluja, dann ist das so halt, einmal komplett das Ding zurück abwickelt, dann wissen wir auch, was fast ist in dem Euro, aber der würde wahrscheinlich danach trotzdem am Mittwoch wieder steigen, das sieht man momentan einfach zu prägnant, dass die Käufer die Verkaufssignale immer wieder schlucken, halt, und das, sowas, sowas, das kann gut und gerne ein bisschen Fall anhalten, deswegen halte ich das nicht für unrealistisch, dass wir da noch ein bisschen Bewegung sehen, ja, das soweit meine Kerngedanken dazu, wie gesagt, ich hoffe, der ein oder andere konnte das ein bisschen auch zu seinem Vorteil ausspielen, und hat nicht nur versucht, mit, ich habe aber recht, und der Martin hat unrecht, hier gegen mich zu spielen, weil darum soll es halt einfach nicht gehen, ich hoffe, das habe ich euch deutlich auch in den letzten Tagen da ein bisschen mit rübergebracht, geht nicht darum, dass ich hier am Ende sagen kann, ich habe recht gehabt, der hätte auch unten rausgehen können, es geht nur darum, wie positioniere ich mich halt, muss ich denn Short All In, muss ich dann da so reingehen, muss ich denn Haus und Hof auf einen Stop Loss mit 200 setzen, 14.200, und unten auf eine 13.000 zielen, wenn ich doch in einem bullischen Muster drin bin, und so weiter und so fort halt, also, das ist einfach, ich würde mich da einfach freuen, wenn der ein oder andere da den Blick einfach ein bisschen geöffnet, bekommt, und weg von diesem instinktiven Anlegerverhalten geht halt, was vielen halt immer nur auf die Fresse bringt, das ist ja einfach so, Punkt, brauche ich nicht weiterreden, das ist einfach so, instinktiv kriegt man, sitzt man in sowas eher Short drin, so, und das soll ja nicht das Ziel sein, also, Freunde, ich mache hier zu, ich wünsche euch was, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch was gebracht, macht zum Dienstag ein bisschen vorsichtig, wenn Mittwoch, Montag so viel Spannung hat, das sind oft nicht einfache Tage, dann im Anschluss danach, weil die Leute gelockt sind, die Leute sind gierig, die Leute sind aggro, und das Spiel, der mag gerne aus, und das werdet ihr sehen, der wird zum Dienstag anders laufen, wie ihr das die ganzen letzten zwei Wochen gesehen habt, weil der eine ganz andere Grundlage jetzt im Montag drinnen gefunden hat, um hier jetzt Volumen zu futtern halt, der frisst sich durch, der frisst sich jetzt einfach durch zum Dienstag, und entweder macht das seitwärts durch hoch, runter, hoch, runter, oder er drückt halt wirklich unten bis abends einfach richtig die Kiste durch halt, naja, ja, gut, ich wünsche euch Spaß, Ziele oben und so weiter haben wir alle besprochen, dann hören wir uns morgen wieder, und viel Erfolg zum Dienstag, bis dahin, tschö.